Hast du schon mal, du als Spanischschüler, irgendwo auf der Straße in Spanien oder in Mexiko gestanden und wolltest irgendjemanden kurz mal was fragen? Sitzt hier jemand? Ist der Arzt nicht da? Und wusstest nicht, wie man so einen simplen Satz zusammenbaut? Ich verrate dir jetzt, was der größte Fehler ist, wenn jemand Spanisch sprechen will. Ich weiß noch, ich war 13 Jahre alt und saß in meinem Kinderzimmer auf dem Fußboden und holte zwei schwarze Schulhefte aus meinem Turnister. Frau Esleben, meine Englisch- und auch Französischlehrerin, bestand auf schwarze Schulhefte für die Klassenarbeiten. An dem Tag hatte ich von ihr sowohl meine Englisch-Klassenarbeit als auch meine Französisch-Klassenarbeit wiederbekommen. Eine 5- und eine 6. Mit rotem Filzstift unter meine Antworten geschrieben. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte mich immer als gute Schülerin gesehen und fand Fremdsprachen toll. Ich hatte schon damals als Teenager vor, ganz viel zu verreisen und mich dann ganz cool in einer Fremdsprache zu unterhalten. Ich saß also auf dem Fußboden in meinem Zimmer im Schneidersitz und blickte auf meine Schulhefte, auf die roten Zensuren. Obwohl ich allein in meinem Zimmer war, war mir dieses super schlechte Ergebnis mehr als peinlich. Und in meinem Inneren sah ich, wie Frau Esleben den Kopf schüttelte. Nee, Sandra, so nicht. Das schaffst du nie. Vom Wünschen alleine wirst du keine Fremdsprachen lernen. Mir scheint, du bist nicht dazu geeignet. Ich fühlte die Entmutigung, die Selbstzweifel in meinem Magen. Sollte ich meinen Riesenwunsch zu reisen und cool zu sprechen etwa aufgeben? Ich fühlte mich so von mir selbst enttäuscht. Würde ich nie, zum Beispiel Spanisch, locker sprechen können? Ich machte die Augen zu und in meinem Inneren sah ich die Touristen am Swimmingpool im Hotel und an der Strandbar, wo sie bestellten. Würde ich im besten Fall wie ein typischer Tourist im Hotel sprechen können? Die nächsten sieben Jahre habe ich dann Vokabeln gebüffelt und Grammatik, angetrieben von der Angst, sonst meinen Wunsch eine Fremdsprache zu sprechen aufgeben zu müssen. Ich habe dann gar nicht mehr locker gelassen. Im Abi, Hauptfach Fremdsprache, dann an der Uni, Romanistikstudium mit Hauptfach Spanisch. Und zusätzlich habe ich immer gekellnert und bin dann mit meinem Ersparten nach Spanien geflogen, um dann in einer Privatsprachschule noch intensiver Spanisch zu üben, Spanisch zu lernen. Und dann in Spanien, an der Privatschule, habe ich am allerersten Tag in meiner Klasse meinen dann zukünftigen Mann kennengelernt. Er war der coolste und lustigste und außerdem Däne. Und die Dänen lügen ja nicht. Kein Problem, dachte ich, ich werde cool Englisch mit ihm sprechen. Denn sprechen wollte ich mit ihm. Ich habe keinen einzigen anständigen englischen Satz zusammenbekommen. Und das hatte nichts mit Schüchternheit zu tun. Ich hätte den Satz rausbekommen, aber ich habe ihn nicht zusammenbekommen. Ich kannte sehr viele Vokabeln, ich kannte sehr viel Grammatik, konnte aber nicht einmal locker eine Bemerkung machen. Und dasselbe passierte mir auf Spanisch. So wie sitzt hier jemand, wie sage ich das denn auf Spanisch? Und nach all den Jahren meines Lernens stand ich da in Südspanien, in Malaga, im Hof meiner Sprachschule und fühlte mich wieder total entmutigt. Frau Eslim hatte wohl recht gehabt. Ich ging dann raus um die Ecke in eine Cafeteria und bestellte mir einen Kaffee. Und da lief das englische Lied Just Around the Corner. Das fand ich damals toll. Und plötzlich kamen einige neue junge Leute in die Cafeteria und fragten mich auf Englisch, wo denn die Schule sei. Und da ich das Lied gerade noch ganz frisch im Kopf bzw. im Ohr hatte, kam mir die Antwort ganz flüssig, ganz cool über die Lippen. Just Around the Corner. Oh, du sprichst aber toll Englisch. Und das war für mich der Durchbruch. Vokabeln lernen, Grammatik lernen und immer noch nicht sprechen können? In dem Moment entschloss ich mich, von dem Moment an entschloss ich mich, nur noch ganze Sätze zu lernen bzw. ganze Satzteile. Wie sonst sollte ich sonst aus dem Stegreif einen Satz zusammenbauen können? So, ich habe mich dann auf spanische Lieder bzw. Liedtitel konzentriert. Ah, so sagt man das. Verstehen kann ich es, aber von selber wäre ich nie auf diese Idee gekommen. Dasselbe System, ganze Sätze zu lernen, also dieselbe Methode, habe ich dann auch auf Englisch angewendet. Hat funktioniert. Mein Däne und ich haben sogar auf Englisch geheiratet in Spanien. Wir haben dann zusammen unser erstes Geschäft aufgemacht in Fuengirola, ein Eisgeschäft. Und ich konnte dann plötzlich alle bürokratischen und alltäglichen Herausforderungen ganz cool auf Spanisch regeln. Die Wichtigkeit, ganze Sätze zu lernen, nein, es ist nicht wichtig. Es ist das A und O, um eine Fremdsprache zu sprechen. Deshalb habe ich meine Methode entwickelt, in der ich nicht nur ganze Sätze spreche, sondern Satz für Satz, wiederhole, mit kleinen Abweichungen. Lo tengo, no lo tengo, ya no lo tengo, hoy no lo tengo, hoy ya no lo tengo. Mein Hirn mag diese Ordnung, mag diese Leier, mag diese Struktur. Das ist effektives Lernen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du ganz sicher ganze Sätze auf Spanisch sagen könntest? Sprechen und auch verstehen. Wenn du beim Einkaufen weißt, dass du richtig sprichst. Estoy buscando Pan. In der Verlaufsform, ebenso wie Muttersprachler sprechen. Würde dein Selbstbewusstsein nicht unheimlich wachsen? Und wärst du dadurch nicht unheimlich motiviert, weitere ganze Sätze auf Spanisch zu sprechen? Darauf beruht meine Methode und mein Unterricht. Du sprichst zwischen 100 und 200 ganze Sätze auf Spanisch in 60 Minuten. Alltagsspanisch. Und dasselbe wiederholen wir dann zwei Tage später. Wieder 100 bis 200 Sätze auf Spanisch laut. Und dann danach kannst du dich selber testen. Mittwochs wieder dieselben 100 bis 200 Sätze auf Spanisch. Ich gebe dir überhaupt keine Chance, die Sätze wieder zu vergessen. Warum erzähle ich dir das? Ehrlich, ich habe mir so lange Zeit, so viele Jahre, habe ich es mir selber schwer gemacht, weil ich dem typischen Lehrstil vertraut hatte. Und anstatt an deren Methode zu zweifeln, habe ich an mir selbst gezweifelt. Das will ich dir ersparen. Wie kann ein Lehrer, der nie selber als Erwachsener Spanisch lernen musste, weil er Muttersprachler ist oder weil er zweisprachig aufgewachsen ist, wie kann er dich verstehen? Du weißt ja unsere typischen Fragen. Warum sagt man das denn so? Das ist halt so auf Spanisch. Diese Antwort wirst du nie von mir bekommen. Wir sprechen zusammen ganze Sätze und du verinnerlichst das. Und nebenbei erkläre ich dir die Regeln. Stell dir mal vor, du gehst einkaufen oder zum Baumarkt oder in die Apotheke und sagst ganz locker, ich suche was für... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Estoy buscando algo para... Und das Wort dann, das kann man nachschlagen. Und wenn du das dann so rüberbringst, dann schaut dich der Spanier, der Lateinamerikaner an und merkt vielleicht gar nicht, dass du Ausländer bist. Wäre das nicht cool? Wenn du meinst, dass das was für dich wäre. Hier unten habe ich die Einzelheiten, mehr Informationen und hier kannst du dich auch zu meinem Unterricht anmelden. Ich habe Spanisch gelernt, um dann zu sprechen und das hat nicht funktioniert. Du sprichst mit mir Spanisch und lernst es dadurch. Dasulife本 Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.